Yo, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Let's Play NFS Underground 2. Ja, ich drehe mich mal ganz kurz um. Ich fahre jetzt gerade ganz kurz mal in der Tastatur, ja. Ähm, au. Doofe Sache, die ganzen Drifts sind ja da oben. Gut, das mit der Tastatur kann ich ja gleich bleiben lassen, glaube ich mal. Ich muss kurz das Headset noch ein bisschen hochdrehen für mich und ansonsten, hm. Ähm, Celica, ähm, habe ich jetzt genommen, weil, äh, äh, der Mustang braucht noch ein bisschen mehr Handling, ein bisschen mehr Feinabstimmung. Ansonsten habt ihr ja gesehen, wie scheiße es ist beim Driften. Und glaubt mir, mit dem Ding, äh, mit dem Pontiac und mit dem Mustang, mit dem kann man wirklich gescheit driften. Nur darf man sich dabei nicht anstellen wie ich. Und, ja, für die Feinabstimmung habe ich jetzt keinen Bock. Ich möchte das Spiel, ja, heute auch fast fertig bringen und das nächste Mal dann ganz durchzocken in der nächsten Aufnahme, ja. Und nein, ich konnte leider nicht bei der Tune Competition mitmachen, weil ich am nächsten Tag darauf, sag ich, das letzte Mal, von der, vor der letzten Aufnahme nicht mehr aufnehmen konnte. Ja, doofe Sache, Tatsache. Und beginnen wir mal das erste Rennen. Ach, erstmal schön einfahren, eine Runde. Ich hoffe mal, wir schaffen es immer noch irgendwie zu gewinnen mit dem Celica hier. Gut, so viel hinter dem Mustang ist er jetzt auch nicht. Nur von der Höchstgeschwindigkeit, vom Beschleunigen her, ja, ein bisschen, aber jetzt nicht so viel, dass man da sagen kann, dass das wirklich was rausreißt, ne. Ist genauso wie, ja, nee, 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 die Beispiele will ich jetzt nicht, ich will den Kopf davon freikriegen, ist Schmerz schon, über PCs nachdenken zu müssen, ey. Ist langsam, ne. Na, so. Und vorne bin ich schon, 37% erst mal ein kurzer Sprint. Oder der Wagen ist schnell. Aber ich glaube eher, dass es ein kurzer Sprint ist. Oh, da kam der mir ein bisschen... knapp vor der Kurve raus. Ich weiß gar nicht, was ich heute verzapfen soll, ich hab gar nichts zu belabern. Äh, äh, ähm... Vorhaben, fahren ist ja eh nie das Problem bei mir, in dem Spiel hier nicht. Bei der Neustartquote, bei der minimalen, ja gut, Neustart, ja. Der Verlustquote, bei den niedrigen. Ja, ist schon ein gut gefahrenes Spiel. Das ist ein Meisterstück von mir, die Aufnahme von diesem Spiel. Denn so gut, ja, habe ich bisher noch kein Spiel durchgespielt. Most Wanted, ja, einigermaßen habe ich jetzt auch wenig wiederholen, wenige Rennen nochmal neu machen müssen. Die einzigen, ja, wenigen Rennen, die ich hier neu fahren musste, wisst ihr ja, weshalb die kommen? Oder die wenigen, zum Beispiel letztens mit... äh, boah. Nein! Nein! Alter! Nein! Nein! Fuck the shit off! Ach, das sage ich gerade, ich muss nichts wiederholen. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Das sagte ich ja schon. Ja, sagen wir es mal so, die kommen entweder wegen Dummheit oder wegen DirectX-Problemen immer noch vorhanden. Aber der Witz ist nur bei DirectX 9 und das Spiel läuft ja nicht über DirectX 10, ja. Oder 11. Ähm, Crisis 1 zum Beispiel. Läuft ohne Zusammenbrüche, also, ja. Auch auf 1080p, ja, geht eigentlich. Tja, nur nicht in der Aufnahme. Ähm. Ja, werde ich auch irgendwann mal so parallel mit NFS, äh, Surantzock und so einen Scheiß. Äh, äh, ähm. Zukunftspläne, lieber in die Newsletters verschieben. So, muss ich nachher auch noch machen. Fällt mir gerade ein. Äh, äh, ähm. Bin jetzt stehen geblieben. Ja, also. Ja, wegen DirectX-Problemen und Dings, äh, verliere ich eigentlich nur wegen meiner eigenen Dummheit. Und, ja, sagen wir es mal so, wegen falschen Handlungen, weniger wegen Scheißfahren. Ja, wie zum Beispiel, ja, komm. Fahr ich mal hier ganz nah an den Wagen ran, um nochmal Nitro zu bekommen und zack, nehme ich das Ding mit. Ja, oder? Ja, sowas halt. Ach, ich merke gerade. Der Balkon ist noch offen, wenn man was draus hört. Von draußen. Ja. Dann tut's mir leid, aber... Ich kann jetzt nicht mal kurz rübergreifen und ja. Ein guter Grund, meinen Rechner nicht in mein Zimmer zu stellen, ne? Da gibt's nochmal zehnmal so viel Lärm. Ähm, ja. Ja, diesmal ist es eher locker flockig. Boah, ich dachte ja schon, ich dachte ja schon, gleich bleibe ich hängen. So, jetzt muss ich ganz kurz mal... Hm. Controller aus der Hand legen. Ha. Das 2-Meter-Kabel kommt mir echt zugute. 2-Meter-Lang-Kabel von meinem Headset. Ja. Das ist echt gut. So, dann. Gewonnene Rufpunkte 200 hier. Ja, das ist schon eher... Also allein schon wegen den Rufpunkten. Vielleicht hätte ich da noch gewonnen und so. Allein wegen den Rufpunkten lohnt es sich, ne? Ja. Mh. Boah, supi. Welches Rennen ist das nächste Rennen? Mhm. Kein Bock drauf. Ah, Sprint. Ja, komm, fahren wir nochmal einen Sprint. Sprint sind eher kurz. Rundkurs kann ich mir auch fürs Ende aufheben. Ja. Habe ich gerade einfach keinen Bock drauf. Hebe ich mir für die nächste und wahrscheinlich dann echt letzte Aufnahme auf. Mal sehen, wie lange ich heute noch Bock habe. wie lange ich morgen noch Bock habe. Ob da vielleicht doch noch was... Oh, zustande kommt. Hey, da ist ja ein Geheimer. Ach, geht. Ja, Preisgeld. Lieber Rachelanlei, die einen richtigen... Der meiner ist geiler. Ist der Nissan 350Z von Rachelanfang? Ist ja billig, Karre. Hey. Und mein Toyota Celica oder mein Mustang, der auch bald fahrbar sein wird. Ja, dann muss ich halt nur noch richtig abstimmen und vielleicht noch neue Reifen kaufen und so ein Zeugs. Aber ich bleibe jetzt erstmal sparsam, weil 30.000 sind ja jetzt nicht so viel, dass man da wirklich was abschneiden kann für den Mustang, weil da ist Griechenland Sparkurs angesagt. Ist ja gar nicht viel Geld in dem Spiel. Aber in dem Spiel ist es recht viel. In anderen Spielen jetzt nicht unbedingt so. In Need for Speed Most Wanted Richtung Ende hin sind 30.000 nicht mehr wirklich viel, ne? Da sind um die 100.000 Grad mal so, ne? Da kommen auch Millionen Beträge faktisch. Ha! Hieslich! Hieslich! Anderes kann ich dazu einfach nicht sagen. Kommt ihr mir einfach in die Quere, ey. Das hasse ich mega abartig, wenn ich dann über irgendwas drüber jumpe oder irgendeine krasse Kurve wie hier jetzt... Naja gut, die hier jetzt nicht... Das ist ein schlechtes Beispiel, das ich jetzt rausgenommen habe. Irgendeine mega krasse Kurve oder so ein Hupfer oder sowas und ich kann nichts sehen und ich kann auch nicht die Kamera vorziehen wie bei NFS to Run zum Beispiel. Das sind so zigtausend Tricks, die ich da jetzt allerdings schon über spieltipps.de rausgelesen habe. Ja, die ich mir eh immer rauslese. Und geht einfach nicht bei dem Spiel. Das ist halt so ein Scheiß bei dem Spiel, ja? Können... So. Ein Nachteil dieses Spiels, ja? Kann man nicht einfach mal den rechten Controller ein bisschen vorbewegen und dann... Sieht man ein bisschen was über den Hügel. Nein! Ach ja. Trotzdem ist das Spiel geil und ich rege mich darüber jetzt. Ja, wir haben 4000 Kohle gewonnen. Und wo bin ich stehen geblieben? Weiß ich natürlich nicht mehr. Importuner sucht für das neue Cover ein Sieger. Also gebt dir Mühe, Babe. Ich weiß sogar noch, was ich danach machen muss. Nachdem ich die meisten Rennen abgeklappert habe, hier die normalen, werde ich nicht sofort losstürmen. Nein! Es sind nicht nur die Offroader Rennen. Nein! Ähm... Die Autoran Rennen, die bin ich bisher noch nie gefahren, weil ich einen Wagen nehmen will und alles in den reinstecken will. Und den muss ich erst mal kaufen. Der ist noch nicht frei. Oder? Ich muss kurz schauen. Nein! Noch 4% so circa, weiß ich. die ganzen Reals für den abfahren darf und den vielleicht noch bekommen. Ja. Da haben wir nämlich Mustang und den anderen Wagen, der noch geheim bleibt. Die NFS Underground Zweikenner sollten das vielleicht noch... sollen das vielleicht wissen, welchen Wagen ich meine. 50% ähm... frei. Ja, ne. 50% Spiel durch. Ja, laut den Statistiken zumindest, ne. Wir sind ja kurz vor Ende, aber da doch noch 46%. Ja, letzter Stadtteil. Ja, da... Die Rennen sind natürlich, da sind noch... Wir sind gerade mal so um die 100 Rennen gefahren. Wir sind in diesem Stadtteil natürlich noch mal 100. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob es wirklich noch 100 sind, aber ich glaube nicht, dass es 100 sein sollten. Ja, nicht mal mit den URLs und so Quatsch zusammen. Ha. Trotzdem ist schon noch eine Menge, aber nicht mehr ganz so viel. Dann noch die ganzen Outrun-Rennen. Noch einen Haufen Teile, die spezial... aber spezial... Ja, 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 ja. Spezial-Dreher-Flip, mein Spezial-Gebiet. Hopp. Krieg ich den, krieg ich den, krieg ich den, krieg ich den. Ja. Und ab. Und weg ist er. Naja, nicht ganz so, wie ich ihn weghaben wollte, aber... Naja, immerhin. Bisschen weg. Geschubst. Wow, 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 wow. Zum Glück bin ich nicht den Mustang gefahren hier auf dieser Strecke unmöglich. Da driftet der Wagen hier schon ab und das soll ja was heißen. Das ist der Celica hier, der kleine, na gut, im Real Life ist es schon recht, ja, doch recht großer Wagen, können wir... Ja, geht eigentlich jetzt mit so einem Wagen wie einem Hammer oder einem... Ja, keine Ahnung, was zu vergleichen ist es schon. Aber es ist trotzdem ein bisschen länger... Ja. Pipapo. Ähm, mamamam. Hier könnte ich schon gut durchgasen, aber ich... Ich hab's irgendwie so... Gefühl, dass da gleich irgendwas Böses auf mich zukommt. Daum gase ich hier halt nicht ganz durch, ja, also ich geb nicht so viel. So. Zwei Minuten für dieses Rennen verschw... Ja. Verwendet. Ja. Fünf... Zwei Minuten, meiner so wertvollen Zeit. Joa, gleich daneben noch einmal ein Sprint. Äh, hau ich auch gleich rein. Ah. Ist schon irgendwann mal ätzend, andauernd die Sprints zu fahren, aber Sprints sind immerhin besser als Rundkursrennen, also. Kohle krieg ich auch durch Sprints und... Kohle krieg ich eh durch alle Rennen. Und dann kann ich mich ja irgendwie zu anderen Renntypen aufmachen und... Äh, hey, rumstehen gilt nicht. Heute ist Sprint angesagt. Du weißt Bescheid. Gegen Bears gibt's die Strecke als SMS... Gegen Bares gibt's die Strecke als SMS. Mach schon. Und fahr mit. Ja, gerne. Ich nehm an. Sind ja nur 3,8, 4,5 Kilometer. Wer will das so genau wissen, ey? Nee, es reicht doch 4 zu sagen. Oder 3,8? Nein, 3,8. 4,5. Ja. Man merkt, dass ich, äh, nicht weiß, über was ich labern soll. Ja. Und die Gegner sind natürlich hier totale Schlaffis. Krieg ich auch gleich... Boah. Okay. Die wollen's ernst. Einer ist schon weggedreht. Und den Henry da vorne, den krieg ich auch noch. Na, 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 na. Krieg ich dich... Ja, natürlich die Abkürzung, in der ich die SMS hier bekommen hab. Wop, 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 wop. Ja, Kurve mitgenommen. Nicht schön. Nicht unbedingt nötig, aber... Machbar. Hey. Äh, mamamamam. Schön konzentrieren. Hier kommt... Oh, phew. Zum Glück. Das mit dem Handling ist natürlich auch so eine Sache. Irgendwann mal... Hab ich ja auch schon erwähnt. Irgendwann mal ist Handling einfach nicht mehr... Handling. Ein bisschen raus. Hauen. Schaden wird's wahrscheinlich nicht. Ah, nein. Mrs. Hut geschadet. Na, suppi, suppi. Und nicht mal richtig resetten kann, das Spiel mich. Das ist doch immer so. Wenn ich irgendwo 10.000 Überschläge mach, dann resetten mich das Spiel nicht mal richtig. Ja, aber die Musik ist ganz okay und die Gegner sind nicht fies, also kann ich sie in wenigen Sekunden überholen. Yay. Trotz ein bisschen... Ja, ein bisschen... Wie kann man's gescheit ausdrücken? Wie auf gestandenem Wagen. Passt nicht. klingt nach... Hier ist voll die abgestandene Luft in dem Klassenzimmer. Lüftet doch in der Pause. Ach, klingt nach dem. Ja. Ähm. Ganz knappe Sache. An der Kurve, da bleibt man ein bisschen hängen, an der Stelle. Und ein Vorteil, den ich ja vergessen hab, äh, zu sagen, man hat ja diese Kanten hier weggemach... Weg... Weggeschliffen. Gerade noch so. Mal wieder. Ähm, so dass man ein bisschen weniger hängen bleibt im Vergleich zu anderen Spielen. Also viel weniger unsichtbare Kanten in dem Game. Und, ja, Rufpunkte kriegen wir immer hin. Kriegen wir was, ja. Und, ja, PC läuft eigentlich ganz sauber heute. Bisher noch... Ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Ich halte meine Klappe. Ähm, eins, zwei URLs. Ähm... Ich glaub, ich fahr jetzt erst einmal in die Hearths und dann so langsam, langsam, langsam wieder runter. Yay! Klingt nach einer super Aufgabe. Was kann ich denn unterwegs schönes mitnehmen? Mitnehmen, mitnehmen. Was kann ich mitnehmen? Äh, Edge. Hm. Ähm, kann ich vielleicht noch was hier reintunen? So möglicherweise können da noch was bei Mega-Low-Parts drin sein für den Mustang. falls noch was drin ist. Aber ich glaub, eher weniger. Ich glaub, eher ist dann noch was für den Wagen hier. So ein kleine... Äh, so ein kleines letztes Souvenirchen. Oder soll ich doch lieber zu... Halt... Ich fahr doch zu dem hier rein. Äh, dann kann ich noch irgendwelche Spezialarmaturen für den Mustang dann reinpimpen. Oder hab ich die... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.